Antrobot, a human robot dance performance. Premiere 1.12.20 Uhr. Weitere Termine. 2.12.20 Uhr, 3.12.11 Uhr mit Audiodeskription und 18 Uhr mit Audiodeskription. Gespielt wird im Kunsthafen des Kunsthaus Renania. Bayenstraße 28 in 50678 Köln. Ich buchstabiere Bayenstraße. B-A-Y-E-N-Straße. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.diphtong.art. Ich buchstabiere Diphtong. D-I-P-H-T-H-O-N-G Oder unter folgender Telefonnummer. 017674195998 Der Kunsthafen ist am besten zu erreichen über die Haltestelle Severinstraße. Es fahren die Straßenbahnen 3, 4 und 17. Wir bieten einen Mobilitätsservice an. Wer von der Haltestelle abgeholt werden möchte, kann sich gerne über die Telefonnummer oder per E-Mail melden. info at diphtong.art Jeder Mensch, der in seiner Mobilität eingeschränkt ist, kann diesen Service nutzen. Roboter sind die Zukunft. Und auch heute schon sind sie nicht mehr aus Industrie- und Medizintechnik wegzudenken. Immer mehr dringen sie auch in unseren Alltag vor. Saugroboter, cloudbasierte Sprachservices und Pflegeroboter sind weit verbreitet. Es ist an uns, einen Umgang mit ihnen zu finden. Das Tanzstück And Robot lädt den Zuschauenden ein, eine WG zweier menschlicher Mitbewohnerinnen, 11 und 65 Jahre, und eines Roboters zu betreten. Es handelt sich um eine eigenständig begehbare und entdeckbare Welt. Der Roboter verfügt über ein Eigenleben. Er kann sich bewegen, auf Impulse reagieren und selbst Impulse produzieren. Es wird interessant sein, wie zwei unterschiedliche Menschen mit ihm interagieren, mit ihm arbeiten, ihn gebrauchen, ja, mit ihm spielen, lachen und tanzen. Wird der Roboter dabei trennend oder verbindend für die menschliche Beziehung sein können?